Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Kodi Let's Open. Ich habe ein Paket bekommen, das steht hier auf dem Boden. Ihr hört es. Ja, ich möchte euch kurz zeigen, was da so drin war. Nicht gute Audioqualität, also einfach nur Handy. Ihr hört wahrscheinlich wieder ein Rauschen. Ist mir aber jetzt egal, ich will ja nur kurz die Sachen auspacken im einzelnen Video zu jedem Produkt. Werdet ihr natürlich mehr sehen und mehr erfahren. So, als erstes da drin ist eine, ihr seht es, Jack Daniels Cappy, eine Snapback. Original natürlich, Become a Friend of Jack. So, authentisches Produkt. Hier vorne steht auch nochmal drauf, Snapback. Ja, erstes Produkt in dem Teil. In dem Paket. So, das nächste Produkt da drin ist diese Heisenberg-Tasche. Ist eine Breaking Bad Ledertasche. Hinten weiß, vorne weiß, mit dem Aufdruck Heisenberg. Breaking Bad unten in der Ritz. Auspacken werde ich es jetzt nicht. Ich stelle es mal da hinten hin. So. Und, ja, mehr dazu sage ich noch nicht. Als nächstes haben wir hier ein Call of Duty Modern Warfare. Ne, Advanced Warfare, glaube ich. Ja, Advanced Warfare Pullover mit Kapuze natürlich, also ein Hoodie. Und, ja, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Kann man anziehen. Nächstes Produkt. Eine Assassin's Creed Manschette oder wie das heißt. Das ist also für den Arm so ein Schutz quasi. Also so ein Armband einfach. Mit einer Tasche dran kann man ein Handy reintun oder kann man sich erst überlegen, was man reintut. Auf jeden Fall, schönes Teil. Werde ich auch noch auspacken und genaueres zu sagen. So. Das nächste Produkt ist hier ein schönes Donnerschein Portemonnaie. Noch eingepackt. Man sieht aber schon dadurch irgendwie, dass das einen Donnerschein darstellen soll. Ein 100er. Und, ja, ich halte ein kleines Portemonnaie, ne? Das Kunstleder, würde ich sagen. Cooles Teil. So. Dann ist noch ein Produkt drin und zwar, ne, noch zwei. Und zwar hier, die Useless Box, die wollte ich schon lange haben. Habe ich mir jetzt mal bestellt. Und natürlich alles wieder von Close-Up, hier mal erwähnt. Muss man selber zusammenbauen, freue ich mich schon drauf. Werde ich machen. Muss ich natürlich auch aufnehmen dann. Das ist die spezielle Box mit der grünen LED. Die ist, glaube ich, ein bisschen teurer, aber ich glaube, wurscht, ne? So, fangen wir das mal beiseite. Das letzte ist ein cooles Teil. Was genau das ist, könnt ihr entweder auf der Close-Up-Seite angucken oder warten, bis das richtige Video von mir raus ist. So, das letzte ist das hier. Das muss ich nochmal auspacken. Das ist nämlich ein Karton. Moment. So. Die Kenner von euch werden es jetzt wahrscheinlich schon wissen. Und zwar ist es, obwohl man konnte es ja schon lesen. Einmal ein bisschen zurück mit der Kamera, bitte. Dankeschön. So, nochmal fokussieren da drauf. Dann wird es jetzt einfach mal nochmal angeguckt. Und zwar ist es eine Figur, eine, ja, enthält eine Figur von Far Cry 4, sieht man ja. Und zwar ist es, ja, wer heißt der Typ? Parga Min, King of Q-Rat. Mit dem Gewehr, geile Sache. Hier nochmal eine Abbildung von den Elefanten. Und hinten sieht man noch, da sitzt jemand. Wer genau das ist, steht der wahrscheinlich drauf. Bla, 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 bla. Fagt mich jetzt gerade nicht. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Haben mir auch noch kein Display dazu angeguckt. Also vielleicht werde ich es irgendwann mal spielen. Aber ich finde es auf jeden Fall geil. Das Spiel ist cool. Ein Part habe ich mal gesehen. Und ich finde die Figur ist auf jeden Fall sehenswert. Sieht toll aus. Mit diesem Untergrund und so weiter. Schönes Teil. Kann man sich auf jeden Fall in den Schrank stellen. Das war es mit dieser Box. Einiges war drin. Jetzt sieht man die Figur gar nicht mehr. Irgendwann mal so. Das war es mit diesem Paket. Eine Kertenpullover, eine Tasche, ein Armding, Portemonnaie, die Box und die Figur. Eigentlich sollte noch mehr kommen, aber das andere Zeug war leider zur Zeit noch nicht lieferbar. Es kommt aber, ich glaube, in ein, zwei Wochen nochmal ein Paketchen. Und da werden wir gucken, was da drin ist. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und verzeiht mir die Audioqualität. Ich hatte einfach keinen Bock, das jetzt mit einem richtigen Mikrofon aufzunehmen, weil das hätte ich wieder umbauen müssen. Und im Nachhinein aufnehmen wollte ich auch nicht. Deswegen haben wir es jetzt live gemacht. Schön aus der Puste und bis zum nächsten Mal.